die jahre sind die auch wieder zurück und die jahre wir hatten letztens mal die viel zu begonnen hier die scharfe und was wir auch noch getan hatten war ja die Brücke zu fettig gebaut und aber was ich noch nicht wirklich getan hat war ja noch das meinen aber das kann ja noch ein bisschen warten ich meine das kann man jederzeit machen aber auch noch ich hatte hier Schweine und Hühnchen gesehen und dann möchte ich die jetzt mit der gleichen Taktik wie die um Schafe hierhin locken nur dafür brauchen wir erstmal was so die Brücke haben wir eigentlich auch ganz gut bekommen sie zwar noch nicht ganz fertig aber machen wir noch um die Verkürzung des Weizen okay da kann man ein bisschen was ernten um die 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 das war mal gleich die 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 und so und gut jetzt haben wir auch Moment mal, 1 muss ja noch machen 1 muss ja noch machen 1 muss ja noch machen 1, 2, 3 1, 2, 3 so haben wir das auch gemacht so jetzt haben wir viermal Weizen aber ich brauche noch was zu futtern haben wir kein Fleisch also auch Schweinefleisch und hat man nicht mehr Hühnchen naja, ist auch egal ich war zwei Stück mit so das brauchen wir nicht das, das 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 brauchen wir das auch ähm ja ja guckend ich glaube wir können die nur mal eben holen und los geht da sind noch mehr Schafe ich glaube so viele Schafe wie jetzt haben das reicht auch hoffe ich mal das noch Hühnchen gibt es noch mehr Hühnchen ähm Hühnchen 1 Schaf 1 Schaf 2 hm ich glaube das war jetzt das einzigste Hühnchen wenn wir hier im Schneegebiet das wir schon kennen da oben habe ich auch schon das erste äh wie nennen wir es nochmal schwein schwein ja schwein wie sie so schwein ein schwein 2 perfekt so du mit du mit kommt doch ja das ist gut das ist gut oh ja holl ich höre ich auch nicht genau mit den wimparen m er hat ja keine Kommentare die Sonne gar nicht hier im Stehgebiet m weil er wird uns über uns waren das ist ein bestehender so sind und ich habe so es kommt alle Tiere hinter mir das ist unglaublich 2 3 alles die 3 äh, what the fuck. Wann? Ich muss auf andere Schwein. Da hinten. Nein! Komm hier hin! Perfekt. Boah, ich hab' nur Titel. Boahhhh, ein Speicher. Komm her or a a a a a bia ich will doch nur das Vorhaben ja 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 wow ist nicht der Film los so nur noch Unruhe nur zu tun und manche Welt kommt 4 am 1 dort 4 und auch nur Wolle in der Hand mann dort als er kommt zu kommen durch das freund das freundlich so jetzt kann ich auch zu schweinern da da ist das Baby schweigen und in den Nürnberg Rumi noch schweigt so das Beispiel schweinert und er kann weg und wird auch wieder dunkel ich glaube geht hin Prozent 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 Naja Nia ja ich glaube ich beginnt durch noch weiter machen damit ich meine können sie eben auf Holz und Sand und Schwein und er der Erde angewiesen haben es noch mal ein bisschen Standort gut nach wir haben Mimmi 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 Soso diesen ausgerüstet mit ihr ja ja wir sind alles ausgerüstet der Konkurrenz das Schwerzüge mit Schien Schien z wenn die die gelassen die kohle beim letzten mal Prozent Prozent Ohrmann bei dem Zotter schräg ich mich immer wieder ich kann das Ding ich kann das aber nicht aber um hat der Notch Alias Markus Pörsen das Wort eingeführt Schreif 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 die Tür zu es zieht um die Jahrhundert der Robben so so einmal gleich mal zwei Steinspitz hacken um genau zu sein ja ich muss gerade mal hin machen Prozent 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 jetzt habe ich vergessen mir auch noch Fackeln zu machen ich habe noch gerade noch mal vor Prozent d So, 48 Wackeln. Ich nehme hier die Kohle mal gleich in den Ofen. Und machen weiter. Das ist einfach mal lustig. Schwein. Schweinzücken, genau. So, und dann geht es jetzt hier weiter. Mist. Muss das jetzt sein? Moment, ich tue mir hier eben. Jetzt geht mir auch noch die blöde Erde hier auf den Sack. So, das war es dann mit der Erde. Ja, ja, und wir graben uns tiefer. Und es geht tiefer. Aber, das wird nicht langweilig, doch. Irgendwann habe ich das Gefühl, dass ich mich hier an allen tollen Sachen vorbeibau. Ja, Eisen. Wir haben uns gedacht. Viele hätten uns gedacht, oh, Diamant, der Typ ist ja echt Hammer. Aber so ist es nicht, dass jetzt der Eisen. In dem Texte-Bec, da habe ich mich auch erst so gedacht, was? Eisen, äh, Diamanten? So hoch? Das ist aber ungewöhnlich. Und dann so, ach, es ist ja nur Eisen. Ach, Mann.